Das neue GEZ-Prospekt. Eine Offenbarung. Zusehen sind Menschen, an der Stelle wo der Kopf sein sollte sind Fernsehgeräte. Was will uns die Gebührenzentrale damit nur sagen? Das Denken über Lassliebe der Glotze, die hat den größeren Kopf. Beziehungsweise. Das Denken über Lassliebe dem Radio, es hat den größeren Kopf. Im beigefügten Brief steht dann noch. Bei uns erhalten Sie umfassende, unabhängige und glaubwürdige Informationen zu allem, was wichtig ist. Anders ausgedrückt, Sie entscheiden was wichtig ist. Was Sie nicht senden ist weder wichtig noch real. In der Überschrift steht. Sie sorgen für gute Programme, weil Sie Gebühren zahlen. Wenn man sich einmal ausrechnet, wie viel Geld die GEZ jährlich eintreibt, ca. 7,3 Milliarden Euro, dann frage ich mich, was machen die eigentlich für ein außerordentliches Programm? Wie hoch ist das Budget im investigativen Journalismus? Die Öffentlich-Rechtlichen haben nicht nur den größeren Kopf, sondern auch den größeren Geldbeutel und somit immer recht. Widerstand ist zwecklos.